Luis Quintais, Europa Wir umarmen die Welt wie Alexander, Wilhelm, Johann. Wir träumen den Atlas. Eine Frau liest Goethe, im Bibliotheksfoyer sitzend, Goethe ist das Haus der Kultur. Und sie liest die Italienreise mit kühner Aufmerksamkeit. Sie schlägt die Beine übereinander, von links nach rechts, von rechts nach links, das Gesicht angespannt, die Konzentration hervorhebend. In der Hand schaut nervös der Bleistift hervor, der später die Sätze unterstreichen wird, die die Erinnerung preist. Die Lippen bewegen sich. Lippen eines Kindes beim Lesen lernen, Rückkehr zu einem Ursprung, der sich mit jeder Lektüre wiederholt, was den Klassiker definiert. Das Schreiben ist etwas Langsames, Gefräßiges, Physisches, eine Sache von Eingeweiden und aufgeweckten Sinnen, Geografie des Undefinierbaren, das sich mit jeder Lektüre definiert. Ich nehme die Abwesenheit wahr, das in Gedanken versunkene Rascheln der Seiten, das graue Haar, der Frau, die Goethe liest, das Haus der Kultur. Nach der Titanomachie träumt der Atlas uns noch immer. Luis Quintay's Europa In der Übertragung von Mario Gomez Gelesen von Helge Heinold Aus das Humboldt-Forum Berlin Erschienen im Afaya Verlag Wasิ että Pätha Aus das Aus brasile tinha visiten coloured